Vielen Dank. Ja, es ist in der Tat so, seit ein paar Jahren mache ich die Slam-Geschichte. Und das ist eigentlich so ein bisschen Selbsttherapie, das grundsätzlich eine sehr, sehr schlechte Idee ist, mich in einem Wettbewerb antreten zu lassen, dass sich in mir zwei Eigenschaften manifestiert haben, die in ihrer Kombination meine Competition-Fähigkeit sehr schmälern. Zum einen bin ich schlicht ein sehr, sehr schlechter Verlierer und zum anderen gewinne ich nicht sehr oft. Und das zusammen mündet in krankhaftem Ehrgeiz, Missgunst, Hass, aber vor allem Aggression. Wenn ich mich da zum Beispiel auf Ostern 2002 berufe, Familienbrennpunkt Eiersuche, denn seit ich denken kann, fängt es an mit einem kurzen Drängeln, dann ein Quengeln meiner Schwestern, dass ich zu brutal und nicht der Fährste sei. Doch scheißegal, ich habe das erste Ei eingesackt, in mein Körbchen eingepackt, weil ich an Ostern keine Schwestern, sondern nur noch Feinde habe. Doch Moment, ich schweife ab. Anderes Beispiel. Weihnachten 98. Im Hause der Kennels, da freut sich der kleine Max seit ein paar Tagen. Wann ist endlich Heiligabend? Und der Tag kam. Es gab dann Ente zu essen. Ich denke währenddessen an Geschenke, versessen drauf Präsente zu messen, an jenen, die meine Kumpanen bekamen. Doch war ich wahrlich als Kind schon mal gar nicht der charmante Kerl von heutzutage? Die Nachbarn nannten mich gern Teufelsplage. Ja, ich war frech und so hatte ich recht dumm jene Berechnung ohne meine Eltern gemacht. Ich bekam einen Wasserfarbkasten und Anziehsachen. Ich wollte es erst nicht fassen, fing an zu lachen, wollte es für einen Scherz halten. Doch als ich merkte, dass die es ernst meinten, beschwerte ich mich, stante Päde, wie eine ehrlich Wut entbrannte Rede, dass meine Klassenkameraden all die krassen Sachen haben, einfach massig damit prahlen und ich soll Wasserfarben malen. Serious? Mutter? Ich sagte, dass das schwul sei, weil ich mit sieben Jahren nun mal mich nicht um politische Korrektheit scherte und bekam als Antwort nicht nur eine Ohrfeige, sondern auch das, was bis in die Jetztzeit währte. Sohn. Junge. Burschi. Das sagt man bei uns wirklich. Lass doch das Ewige vergleichen, denn um was im Leben zu erreichen, braucht es mehr als mehr zu haben. Wer mehr hat, hat mehr zu tragen und es hat immer einer mehr und einer weniger als du. Zum Glücklichsein, mein Sohn, gehört ein wenig mehr dazu, merkt dir bitte diesen Satz. Denn wir können dir sagen, lass ständiges vergleichen, Max, lern lieber, gönn dir sagen. Doch ich sagte stattdessen nur, was auch immer. Und ohne jede Spur von blassem Schimmer wurde ich erwachsen. Ich verglich mich mit talentierteren Leuten, wurde sichtlich deprimierter und heute bin ich einer von denen, der mit Blicken nach links und rechts schielt und deshalb beim Kicken auch mehr blind und schlecht spielt. Ich bin kein Hans Kuck in die Luft. Ich bin ein Max Kuck nur auf die anderen. Ich baue mir Druck auf und kann dann nur scheitern. Angetrieben von viel zu viel Neid, der in Missgunst mündet statt in Zielstrebigkeit. Denn mich zerfrisst zu schnell der Ehrgeiz. Wenn einer bei Quizduell mal mehr weiß, dann sperre ich mich ein und lese Enzyklopädien. Einzig und allein, um Konkurrenten zu besiegen, weil mit nem Platz zwei bin ich doch längst nicht mehr zufrieden. Denn bei allem, was ich bin, was ich mache, was ich habe, bleibe ich doch das kleine Kind mit einem Kasten Wasserfarbe, der seine Mutter zwar hört, doch nicht versteht, was sie sagte. Nämlich, dass, wenn man sich immer vergleicht, man vor Neid schon bald gelb ist. Und dass man Zufriedenheit am besten nur an sich selbst misst. Damit der Ansporn nicht Neid wird und der Stolz nicht zu hoch mutt. Denn jeder Vergleich birgt die Gefahr, dass man es doch tut, dass man die Schwäche nicht zugibt und die anderen schlecht macht, statt dass man den Hut zieht und einfach Respekt sagt. Denn das Gras auf der anderen Seite, das ist nun mal nur für Farbenblinde, nicht grüner. Und das ist und bleibt eine Konstante. Was ich schade finde, ist vielmehr, dass bei den ganzen Grasvergleichen immer nur die Farbe zählt. Und dass bei jedem von uns meistens einfach nur der Maßstab fehlt. Denn ich werde mit meinen knapp zwei Metern nie ein guter Reitjockey. Mit meinen viel zu schmalen Schultern auch niemals gutem Eishockey. Doch egal, ob ich einen Job, Doktor oder Master habe, bleibt die Frage nach Glück doch nur eine Maßstabsfrage. Denn vergleichen ist menschlich, doch bleibt es letztendlich an einem Selbstsicht, die eigene Weltsicht so zu erhalten und umzugestalten, dass wir trotz Vergleichen uns selber noch reichen. Vielen Dank. Vielen Dank.